Wir kommen nun zum wichtigen Punkt der lokalen und regionalen Demokratie in Deutschland. Wie Sie sehen, ist es auch immer wichtig, dass wir uns mit den Fragen auch der regionalen und lokalen Demokratie in jenen Ländern beschäftigen, die ein hochentwickeltes demokratisches System haben, das nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler und lokaler Ebene vorhanden ist, wie auch auf administrative Ebene wie in Deutschland. Und ich freue mich, dass wir hier eine sehr kompetente Berichterstatterin haben. Und ich darf Frau Britt-Marie Löfgren ersuchen, ihre Ausführungen zu machen. Frau Löfgren, ich erteile Ihnen das Wort. Thank you, Mr. Präsident. Dear colleagues, I'm here to present to you a report on local and regional democracy in Germany. I participated in this monitoring exercise as local rapporteur, together with Mr. Ignacio Sancho Amor, who was the regional rapporteur. Mr. Sancho Amor has left the Congress to be a member of Parliament in his country, and also a member of the OSCE Parliamentary Assembly, which is why he is not here today, I thank him for his participation, and wish him success in his new functions. We were assisted in our work by Professor Sultan Sanchir from Hungary, consultant and member of the group of independent experts. I thank him too for the excellent work he has done. Germany's federal system is a very interesting, but rather complicated one. We visited Germany twice in 2011. In June we went to Berlin, Frankfurt under order, and Potsdam, all in the region of Brandenburg. In September we visited the Western Länder, North Rhine-Westfalia, Hesse, and Baden-Württemberg. It was necessary to carry out the visit in two parts, visiting as many as we could because the system is complex and requires a comparative approach. I will not list all the authorities who kindly received us and discussed with us because the list is long, and you have it at the end of the report. We met with all levels of governments, federal and regional parliament members, majors, city councilors, representatives of various courts, associations, experts, and ombudsmen. My first comment would be that Germany set a high standard for the protection of local authorities, recognizing both in its federal and regional constitutions. The right to self-government of municipalities, they have made considerable progress in accepting and complying with the recommendation adopted by the Congress after its monitoring of local government finances in 1999. They have implemented the principle of financing in all their länder constitutions. Secondly, you will notice that our report focuses more on the relation between the regional authorities and the municipalities than the relations between the federation and the länder. In Germany, the delegation of tasks and the supervision of funds transferred to local authorities is within the limit of the länder, and in this sense, local affairs are a regional matter. There is, however, a lot going on between the federal state and the länder that is of interest to us, and in my opinion, this should be taken up in the next report on Germany in order to complete this picture. So, in my opinion, this should be taken up in the next report on Germany in order to complete the picture. The local and regional authorities in Germany seem to have added the economic crisis better than elsewhere, but I must say that the situation of local authorities nevertheless remains preoccupying. There are various reasons for this. Social welfare spending has been rising. There are structural deficits in the financing of local authorities and an increasing imbalance between them. Many länder have not set up practical guarantees for necessary financing, although they have accepted the principle in their constitutions. We have also noted that, as regards the participatory rights of associations of local authorities, some improvement at the regional level would be welcome. Their participation could be strengthened, for example, by inscribing it in the procedural rules of regional parliaments. One other specific problems concern on an administrative level of government called the crisis, or the countries. As you may know, Germany has made a declaration in 1988 when it ratified the charter, excluding Article 9, Paragraf 3, of the charter from its commitments. The reason behind this concern is that this level of government does not have the right to impose taxes directly beyond the available and rather insignificant taxes. It is an objective of our Congress to extend the scope of the charter to all entities that have direct political legitimacy and to ensure the financial independence of local authorities. As far as far as we could see, the crisis belongs in this category, and we believe that it would be a positive development if some consideration was given to bringing the crisis into line with the charter's conception of local authority independence. We understand that this would require careful handling so as not to infringe upon the finances of municipalities under the crisis administration. In our recommendation, we have focused on three topics, finances, consultation, and full compliance with the charter. In the field of financing, we propose that the German authorities allow local authorities to participate in the decision-making process when the structure and the yield of taxes at local level are concerned. We also underline that local authorities should be provided with adequate financial means so they can use these resources. Regarding adequate financing for delegated tasks, we recommend that the German authorities set standards and criteria so that the whole financial calculation process becomes transparent. They could also reinforce a framework of this principle with real planning mechanism. As for the association of local authorities and their participation in the decision-making processes in areas that have an impact on local self-government, we recommend the government to institutionalize the participatory rights of association of local authorities, both at federal and state level. This could be done, for example, by inscribing them in the standing orders of both the federal and the land parliaments. Concerning the extension of the charter provision to the crisis, which I have just mentioned, we invite the authorities to consider this. Is it necessary to keep the existing structure and the reservation to the charter? Or could counties be granted the right to impose taxes directly? As I have already said, this should be done in such a way that the revenues of the municipalities affiliated to the counties must not suffer. After all, our objective is not to create new and more problems, but to develop local autonomy as a whole. Finally, we have invited the German authorities to sign and ratify in the near future with a digital protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affair of local authorities. Colleagues, The Monitoring Committee approved the preliminary draft recommendation at its last meeting in Stockholm. And I hope that you will be in a position to adopt this recommendation as well with the proposal of amendments that I would like to submit to you both and which I think reflects better the existence of the declaration formulated by Germany regarding the scope of applications of article 9, paragraph 3 of the charter. At last, I would like to address a special thanks to the Co-Secretary of the Monitoring Committee of the Congress, Mrs. Sedev Konkuchak, and her work with this report. I thank you, Mr. President. I thank you for your attention. Danke für Ihren Bericht, Frau Löfgren. Ich danke auch unserem Kollegen Sanchez Amor, der ja, wie gesagt, Mitglied des Spanischen Parlamentes wurde. Ich darf das Wort nunmehr Herrn Günther Krug erteilen, dem Delegationsleiter der Deutschen Delegation. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Britt Löfgren, Sie haben sehr anschaulich dargelegt, welche Fülle von Material, aber auch welche Vorausforderungen für den Monitoringbericht bestanden haben. Sie haben viele Anregungen gegeben, wir haben das alles sehr diskutiert und ich kann nur sagen, in der Tat ist Deutschland durch sein föderales System und die oft sehr unterschiedlichen Regelungen in den Ländern eine ganz besondere Aufgabe. Wir wissen das und deswegen sage ich auch ganz herzlichen Dank, besonders an Sie, aber auch an das Sekretariat und an den Experten, der ja heute leider nicht da ist. Sie haben sich einer sehr komplizierten Materie angenommen, die auch leider dadurch nicht einfacher wurde, weil Amor Sanchez seine neue Aufgabe übernommen hat. Insgesamt haben wir aber von der Deutschen Delegation auch als Begleitung, und das war ja eigentlich auch sehr schön, dann vor Ort erlebt, wie umfassend und tiefgründig das Monitoring des Kongresses ist. Das war eine tolle Lerngeschichte auch für uns mit und welch wichtige Anstöße man im eigenen Land durch solch einen Monitoringbericht erhalten kann. Der Blick von außen gibt neue Anregungen und das ist sehr wertvoll und viele Details in dem Bericht geben nun eine komplexe Erläuterung sehr komplizierter Strukturen. Es ist im Zuge der Erstellung des heute vorliegenden Textes auch vieles an Veränderungen bereits schon vorgenommen. Vielen Dank auch an den Monitoring-Ausschuss. Aber einige weitere Änderungswünsche werden meine Kolleginnen der Delegation noch vortraten. Und Britt Löffgren hat ja in ihrer Rede auch Änderungen bereits angekündigt und Weiterführungen noch zugelassen, da wo es um Klarstellungen geht und wo Wertungsänderungen nicht beeinflusst werden. Das Memorandum, liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt ist eine wirklich tolle Arbeit. Sie ist hilfreich für unsere weitere Arbeit vor Ort und sie ist ein guter Referenzrahmen, der gewiss den angekündigten Fortsetzungen, die wir ja sehr dankbar so entgegennehmen, gut möglich macht. Der Monitoring-Bericht ist auch der erste Bericht zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland. Das ist also eine wirklich, wollen wir sagen, weiterführende Arbeit. Ich danke nochmals allen herzlich, die daran gewirkt haben. Danke für die gute Kooperation und denke, wir haben damit auch eine gute Grundlage für die weitere Diskussion hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krug. Damit, mir liegt keine weitere Wortmeldung vor, aber wie Sie bereits angekündigt haben, werden sich eine Reihe von Rednern melden zu den Abänderungsanträgen. Es liegen mir insgesamt sechs Abänderungsanträge vor und ich darf Frau Löffgren fragen, ob sie Herrn Krug antworten will oder ob sie bereits den ersten Abänderungsantrag vortragen möchte. Vielen Dank. 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 Herr Krug. Herr Krug. Herr Krug. Herr Krug. Rednerungsantrag Nr. 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 mich erstmal auch ganz herzlich bedanken für diesen Bericht, der sich ja die Mühe gemacht hat, die Situation der kommunalen Selbstverwaltung in all ihren Unterschiedlichkeiten zu untersuchen. Ein schwieriges Unterfangen, wie es sich im Laufe des Berichts ja auch gezeigt hat. Dieser Bericht ist ja das erste allgemeine Monitoring zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung für Deutschland und das Ziel des Berichts war, die Unterschiedlichkeit der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in Deutschland zu beschreiben. Ich selber durfte im September im letzten Jahr auch ein Gespräch mit der Monitoring-Gruppe haben als Landtagsvizepräsidentin von Baden-Württemberg, natürlich aus Sicht der regionalen Ebene in einem Bundesland, das gerade eine Wahl hinter sich hatte und jetzt mit Winfried Kretschmann auch den ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland, wahrscheinlich auch europaweit stellt. Im Mittelpunkt stand übrigens verschiedene Modelle der Bürgerbeteiligung als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie dazu. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich habe für einen Änderungsantrag. Ja, bitte, sprechen Sie zum Änderungsantrag. Sie haben eine Minute Zeit. Eine. Sonst lasse ich nicht, sonst wird der Nächste aufgerufen zu haben. Entschuldigung, das war mir nicht klar, dass man eine Minute Zeit hat für einen Änderungsantrag. So, ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass der Bericht nicht nur bei mir eben einen sehr zwiespältigen Eindruck hinterlässt, weil eben die zentralen Punkte der Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Kommunen nicht hinreichend erfasst worden sind. Und deshalb haben wir ja auch jetzt diesen Änderungsantrag eingebracht, der da bedeutet, dass die deutsche Delegation anregt, einen zweiten Monitoringbericht zu erstellen, der sich ausschließlich mit den Fragen der regionalen Demokratie beschäftigt. Deshalb sollte die Konzentration des vorliegenden Berichts auch im Titel zum Ausdruck kommen. Aus diesem Grunde schlagen wir eine Änderung des Titels vor, statt Local and Regional Democracy in German, den neuen Titel eben nur lokale Demokratie. Herzlichen Dank. Sie haben den Änderungsantrag von Frau Lösch gehört. Wer wünscht gegen diesen Änderungsantrag das Wort ergreifen? Es scheint schlüssig zu sein, was hier Frau Lösch argumentiert hat. Bitte, Frau Berichterstatterin. Eine Minute. Vielen Dank. Vielen Dank sehr, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube nicht mit diesem Änderungsantrag, Änderungsantrag, aber ich würde sagen, ein Veränderungsantrag, das ich hoffe, dass Sie mit dem Änderungsantrag können. Wenn Sie auf § 10 des Änderungsantrag des Änderungsantrags werden, Sie sehen, wie ich erkläre, dass die Berichterstatterin fokussiert auf den Situationen der lokalen Änderungsantrag und deren Beziehungsantrag mit der Landverkommissionen. Und der Grund für das ist, in dem Sinne, wir sprechen über Regionen in unserem Berichterstatterin. Ich würde daher suggerieren, dass wir den Titel wie es ist, aber auch Part 1, in brackets, nach dem Titel. Wir können auch Part 2 auf den Titeln der nächsten Berichterstatterin, der sich über die Relation zwischen Ländern und der Federale Regierung. Die beiden Berichterstatterin werden eine komplette Bildung auf Deutschland. Bitte, Frau Lösch. Ich sehe also in Ihrer Wortmeldung einen Kompromissantrag, auch wenn er nicht formuliert war. Werden Sie mit diesem Kompromiss einverstanden, Frau Lösch? Ich muss sagen, dass ich den Kompromissantrag nicht sehe, weil Sie gerade in der Ziffer... Wenn Sie den Kompromissantrag sehen, dann stimmen wir über Ihren Abänderungsantrag ab. Wer ist für... Wer für diesen Antrag ist, der hat noch einmal das Wort. Wer ist für diesen Antrag, Abänderungsantrag 1, der drücke 1. Wer dagegen ist, wie die Frau Berichterstatterin die Meinung ist, der drücke 2. Wer sich enthält, drücke Nummer 3. Bitte. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir erwarten das Resultat. 34 sind für den Abänderungsantrag, 29 dagegen, 15 Enthaltungen, womit der Abänderungsantrag angenommen ist. Wir kommen zum Abänderungsantrag Nummer 2. Ich rufe jetzt die Frau Gabriele Neff zum Bericht des Abänderungsantrags 2 auf. Frau Neff, bitte sprecht. Tragen Sie nur den Abänderungsantrag vor. Eine Minute. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir, Herr Präsident, dass ich die Anträge 2 bis 6 in einem zusammenfasse, weil das einfacher ist. Wenn Sie das machen, dann haben Sie 6 Minuten. Dankeschön. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland ein sehr ausdifferenziertes und komplex aufgebautes Mehrebenensystem. Dieses in einem Bericht komprimiert zusammenzufassen, ist eine schwierige Aufgabe. Dem Berichterstattern ist es gelungen, wesentliche Elemente der Verfassungsrealität in Deutschland darzustellen. Die Finanzsituation der Kommunen in Deutschland ist nach wie vor schwierig. Und dieses ist nicht allein der Finanzkrise geschuldet, sondern auch einer strukturellen Unterfinanzierung im System. Dieses spricht der Bericht auch an einigen Stellen an. Besonders freut es uns, dass der Bericht konstruktive Vorschläge macht. Wir begrüßen es sehr, dass der Bericht vorschlägt, Standards und Kriterien zur Einhaltung des Konnexitätsprinzips festzulegen und die Anhörungsrechte der kommunalen Spitzenverbände zu stärken. Das sind auch zentrale Forderungen unserer Städte, Gemeinden und Kreise in Deutschland. Die kommunale Selbstverwaltung in ihrer starken Ausprägung wird gerade auch von den Bürgerinnen und Bürgern als hohes Gut wahrgenommen. Denn hier leben sie und hier, so empfinden viele von ihnen, treffen sie auf ihren Staat in Form von ihrer Stadt, Gemeinde oder Kreis. Der Bericht kann den Kommunen in Deutschland eine große Hilfe sein, ihre Rechte gegenüber Bundes- und Landesregierungen zu stärken. Er kann uns als weiteres Argument in der Diskussion dienen, um die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland zu stärken. Aus diesem Grund haben wir die vorliegenden Änderungsanträge eingebracht. Die Anträge 2 bis 5 sollen die im Bericht aufgestellten Schlussfolgerungen konkretisieren, ohne dass sie in ihrer Zielrichtung und inhaltlichen Aussage geändert werden, damit wir sie als Argument zu Hause in Deutschland verwenden können. Lassen Sie mich kurz etwas zu den einzelnen Anträgen sagen. Bezüglich des Antrags 2, der sich auf das Konnexitätsprinzip bezieht, möchten wir darauf hinweisen, dass hier wahrscheinlich bei der englischen Fassung, die ich gesehen habe, ein redaktionelles Versehen unterlaufen ist. Bei der deutschen Fassung ist es richtig gefasst. Wir möchten vorschlagen, die Nummer 5c des Empfehlungsentwurfs zu streichen. Das möchten wir eben nicht vorschlagen, sondern wir möchten vorschlagen, die Nummer 5b, die sich mit dem Konnexitätsprinzip befasst, zu ergänzen. Bitte, was sagt die Berichterstatterin dazu? Sind Sie einverstanden oder dagegen? Mr. President, dear colleagues, talking about amendment 2, I agree with the amendment, but I would suggest switching the two parts of the sentences for stylish reasons as follows. One of the main reasons for the structural underfunding of local authority lies in the fact that they do not receive sufficient funding from central land government. In return for the responsibilities assigned to them, the principle of concomitant financing is not always sufficient. Bitte, sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? Sorry. Are you in favor to the amendment or against? Yes, I'm for it, but we would like to change the Swiss consensus. We don't have the chance to change. Okay. Wir stimmen jetzt ab. Okay. Wir stimmen jetzt ab darüber. Wer ist für den Abänderungsantrag Nummer 2? Die Berichterstatterin ist auch mit Einschränkungen dafür. Der drücke Nummer 1, wer dagegen ist, Nummer 2, wer sich enthält, Nummer 3. Die Abstimmung ist offen. Die Abstimmung ist offen. Die Abstimmungen für den Abänder evident werden Okay. Es ist geschlossen. Es sind 51 dafür, 16 dagegen. Damit ist Abänderungsantrag 2 angenommen. Abänderungsantrag 3. Bitte berichten Sie, Frau Lösch. Nein, Frau Neff. Vielen Dank für das Ergebnis. Im dritten Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, schlagen wir die Änderung vor, da die vorherige Formulierung etwas missverständlich war. Auch wenn die Kommunalen Spitzenverbände bereits in den Geschäftsordnungen der Bundesministerien des Bundestages und auf Landesebenen Anhörungsrechte haben, fehlt es aber an einer verfassungsmäßigen Garantie, die den Kommunalen Spitzenverbänden weitergehende Klagerechte bei Verletzungen der Anhörungsrechte einräumen würde. Oftmals gehen Meinungen zwischen Stadt und Kommunen darüber, was kommunal relevant ist, auseinander. In der Geschäftsordnung des Bundestages ist derzeit eine Änderung vorgesehen, wonach die Kommunalen Spitzenverbände ein etwas besseres Anhörungsrecht bekommen sollen. Insoweit ist diese Neuerung ganz aktuell. Der Bericht sollte aufgrund dieser wirklich ganz neuen Entwicklung, die sich erst in den letzten Wochen ergeben hat, daher etwas angepasst werden. Die modernisierte Ausgestaltung der Anhörungsrechte im Bundestag ist sicherlich schon einmal gut, aber wichtig ist auch, dass die Regelungen so ausgestaltet sind, dass es sich nicht um leere Worte handelt. Das haben die Berichterstatter ja auch selbst im erläuterten Bericht ausgeführt. So steht in vielen dieser Geschäftsordnungen... Wie heißt jetzt der Abänderungsantrag? Ja, das ist der Nummer drei. Das ist der Abänderungsantrag Nummer drei. Das ist der 5c, der wie folgt geändert wird. Es ist notwendig, die Beteiligungsrechte der Kommunalverbände zu stärken, denn obwohl der Modus der Konsultation mit diesen Verbänden in den Verfassungsvorschriften der Bundesregierung förmlich anerkannt ist, fehlt eine Regelung in den Verfassungsvorschriften des Bundesrates und eine institutionelle Absicherung in der Verfassung. Deswegen sollte ein Anhörungsrecht der Kommunalverbände auf Bundes- und Landesebene im Grundgesetz und in den Landesverfassungen verankert werden. Die Anhörungsrechte in den Geschäftsordnungen der Bundesregierung und des Bundestages müssen in der praktischen Ausgestaltung gestärkt werden. Was sagt die Berichterstatterin? Sind Sie dafür oder dagegen? Sie können begründen, warum Sie dagegen sind und Sie können begründen, warum Sie dafür sind. Bitte, wir sind jetzt nur bei drei. Bei drei ist die Berichterstatterin einverstanden. Wir kommen zur Abstimmung. Ich öffne die Abstimmung. Wer der vierte Abänderungsantrag ist, dem auch die Berichterstatterin zustimmt, der stimmt mit eins. Wer dagegen ist, mit zwei. Wer sich enthält, mit drei. Die Abstimmung ist offen. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben 68 pro, 6, 9, 4 Enthaltungen. Damit ist der Abänderungsantrag 3 angenommen. Wir kommen zum Abänderungsantrag 4. Eine Minute für die Begründung, dann bereits den Abänderungsantrag, bitte. Ich möchte zuerst auf Antrag 5 kommen. Sie müssen jetzt zum Antrag 4 reden. Gut, da komme ich auf Antrag 4. Bei Anträgen 4 ist dieselbe Thematik. Ich wollte es zwar mit 6 zusammenfassen, aber dann nehme ich es jetzt auf 4, was sich hinterher auf 6 bezieht. Ich möchte, dass im Antrag 4 heißt es, dass wir den Absatz 5d streichen, und zwar mit der Begründung. Die Kreise werden umlagefinanziert. Die Erhebung einer eigenen Kreissteuer würde die Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen schmälern. Es entspricht nicht dem Grundgedanken der Verfassung, dass Kreise eigene Steuern erheben. Dieses ist in der Natur des Verhältnisses der Gemeinden zu den Gemeindeverbänden begründet, da die Kreise im Wesentlichen abgeleitete Rechte und keine eigenen wahrnehmen. Sie haben eine Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion dort, wo die Städte und Gemeinden aufgrund der örtlichen Begebenheiten ihre Aufgaben nur schwer wahrnehmen können. Da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was die Berichterstatterin sagt. Nein, Sie können nicht mehr darauf zurückkommen, die Berichterstatterin kommt darauf zurück. Stimmen Sie diesem Abänderungsantrag zu, oder sind Sie dagegen? Ja, Herr Präsident, das ist ein leichter für mich, zu reden. Ich denke, es ist eine sehr gute Proposition. Danke. Sie haben gehört, die Berichterstatterin stimmt diesem Antrag zu. Die Abstimmung ist eröffnet. Eins, ja, zwei, nein, drei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. 67 pro, drei, nein, sechs Enthaltungen. Damit ist der Abänderungsantrag 4 mit großer Mehrheit angenommen. Zum Abänderungsantrag Nummer 5 erteile ich Frau Neff das Wort. Bitte, Sie haben das Wort. So, der Antrag Nummer 5 bezieht sich auf die gleichen Aspekte wie in der Begründung von Antrag Nummer 3. Und darauf verweise ich. Der Abänderungsantrag 5 lautet, 6c wird wie folgt geändert, die Beteiligungsrechte der Kommunalverbände durch Verankerung in den Geschäftsordnungen des Bundesrates und in der Verfassung zu institutionalisieren und sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene zu stärken. Frau Berichterstatterin, bitte. I'm in favor of this. Thank you. Danke. Berichterstatterin ist dafür. Dann eröffne ich die Abstimmung. Eins, ja, zwei, nein, drei Enthaltungen. Danke. Die Abstimmung ist geschlossen. 69 dafür, zwei dagegen, vier Enthaltungen. Damit ist auch der Abänderungsantrag 5 mit großer Mehrheit angenommen. Ich erteile das Wort zum Abänderungsantrag Nummer 6, Frau Gabriele Neff. Sie haben das Wort. Der Abänderungsantrag 6 beinhaltet, den Absatz 6d zu streichen mit der gleichen Begründung wie bei Antrag Nummer 4, eben wegen der, dass keine Steuer erhoben werden kann. Ich nehme an, die Berichterstatterin stimmt zu. Jawohl, vielen Dank, Frau Löffgren. Damit kommen wir zur Abstimmung Nummer 6. Wer dafür ist, eins, wer dagegen ist, zwei, wer sich enthält, drei. Danke, die Abstimmung ist geschlossen. 64 ja, 4 nein, 4 Enthaltungen. Auch dieser Abänderungsantrag ist mit großer Mehrheit angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Empfehlung. Wir wollen nun, wer will, ja, wir kommen zur Empfehlung. Ich möchte vorerst noch vielleicht dem Herrn Lars Mollin das Wort erteilen, wenn er das wünscht. Nicht? Lars Mollin verzichtet. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dann stimmen wir nun über die Empfehlung ab. Wer führt die Empfehlung ist, eins. Wer dagegen ist, zwei. Wer sich enthält, drei. Die Abstimmung ist offen. So ist geschlossen. Das Ergebnis 73 ja, zwei nein, drei Enthaltungen. Damit ist diese Empfehlung enthalten im Dokument CG22 mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen. Wir haben nun diesen schwierigen Punkt abgeschlossen. Wir kommen nun, wo ist der Präsident des Kammens.